Wie viele Menschen hat Severus Snape eigentlich als Todesser getötet? Das und mehr jetzt in diesem Video. Hat sich schon mal jemand Gedanken über all die schrecklichen Dinge gemacht, die Severus Snape während seiner Zeit als Todesser getan haben muss? Ich weiß, am Ende wurde er zum heimlichen Helden, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt war er vollkommen in seine Rolle als Todesser investiert. Viele Leute verehren ihn in der Saga und das ist auch okay. Er hat eine Menge Gutes getan, aber hat auch viel Schlechtes getan und das ist ein Bereich, der in den Büchern nicht gut behandelt wird. Das heißt jedoch nicht, dass es nicht passiert ist. Snape ist eine der komplexesten Figuren in der Harry Potter Reihe, mit einer faszinierenden Vorgeschichte, die seine Beteiligung als Todesser einschließt. Es ist wahr, dass Snape in seiner Zeit als Todesser viele schreckliche Dinge getan hat, während er ein Anhänger von Lord Voldemort war und seine Handlungen waren nicht leicht zu verzeihen. Im heutigen Video werde ich die starke Möglichkeit diskutieren, dass Severus Snape als Todesser auch töten musste, sowie die schrecklichen Dinge, die er auch insgesamt tun musste. Etwas, das meiner Meinung nach viele Leute übersehen, ist die Tatsache, dass Severus Snape stark an dem Tod mehrerer Menschen beteiligt war, auch wenn es nicht durch seine Hand direkt geschah. Dennoch spielte er eine entscheidende Rolle, wie zum Beispiel bei James Potter. Es wurde in den Heiligtümern des Todes enthüllt, dass Snape derjenige war, der Voldemort von der Prophezeiung erzählte, die nicht nur zum Tod von James führte, sondern auch zum Tod von Snapes geliebter Lily. Snape war nicht direkt verantwortlich für ihren Tod, wie bereits erwähnt, aber er spielte eine Schlüsselrolle bei ihrem Verrat, indem er Voldemort über die Prophezeiung informierte, was dazu führte, dass Voldemort den Entschluss fasste, die Potters und ihren Sohn Harry zu ermorden. Harry wurde natürlich durch Lillys Schutz gerettet, aber sie und James wurden ermordet und alles führt direkt zu Snape zurück. Zusätzlich war sein Name wahrscheinlich in andere Morde verwickelt, die nicht explizit in den Büchern erwähnt wurden, da er ein hochrangiges Mitglied der Todesser war und sich sicher unter Beweis stellen musste. Snapes Verwicklung mit den Todessern bedeutet auch, dass er wahrscheinlich an anderen schrecklichen Taten wie Folterungen und Anführungen beteiligt war. Er hatte Kenntnis von der Folterung der Longbottoms durch die Hände von Bellatrix Estrange und tat nichts, um ihnen zu helfen. Dieses Sinken zu Voldemort führte ihn wahrscheinlich zu anderen moralisch verwerflichen Handlungen, wie der Unterstützung der Versklavung von Muggeln und Muggelgeborenen, sowie der Rheinbüterpolitik in der Zaubererwelt. Snapes Teilnahme an diesen Aktivitäten zeugt von seinem tiefsitzenden Glauben an Voldemorts Ideologie, was die Komplexität seines Charakters nur noch verstärkt. Voldemort bot ihm einen Ausweg aus seinem zurückgezogenen Leben, in dem er sich nie zugehörig fühlte. Als Todesser wurde er wegen seiner Macht geschätzt und das Wissen, das der dunkle Lord ihm anvertraute, gab ihm ein Gefühl der Sicherheit und stärkte nur seine Loyalität zu seinem Meister. Es ist auch erwähnenswert, dass Snapes Verstrickungen mit den Todessern einen nachhaltigen Einfluss auf sein eigenes Leben hatten. Als er auf die gute Seite wechselte und ein Spion für Dumbledore wurde, musste er mit der Schuld und Scham über seine vergangenen Taten leben. Zusätzlich brachte ihn seine Rolle als Doppelagent ständig in Gefahr und zwang ihn, in ständiger Angst zu leben, erwischt zu werden. Dies machte ihn zu einem Meister der Täuschung, der in der Lage war, seine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren, um die Todesser in dem Glauben zu lassen, dass er immer noch loyal sei. Seine Aufgabe, Hogwarts als Spion zu infiltrieren, lastete schwer auf ihm. Dies bedeutete, dass Snape auf einem schmalen Grat zwischen zwei gegnerischen Seiten wandeln musste, was eine schwierige und riskante Aufgabe war. Er musste immer noch Verhöre für Voldemort durchführen, während er eigentlich auf der Seite des Orden des Phönix stand. Dies wurde besonders deutlich, als er Zeuge des Todes von Charity Burbage wurde und keine Gefühle zeigte, als sie um Hilfe flehte. Snape hatte die Fähigkeit, den Tod seiner Freundin sofort als Opfer des Krieges zu akzeptieren, auch wenn Charity in dem Glauben starb, dass Snape sie verraten hatte. Innerlich war er jedoch gebrochen, als er sie sterben sah. Eine Last, mit der er leben musste. Snape war eine ganze Zeit lang ein Todesser, bevor er die Seiten wechselte. Viele von den Todessern beteiligten sich an schändlichen Handlungen wie Folter, körperlichen Verhören und natürlich auch an Mords. Alles im Namen von Lord Voldemort und seiner Ideologie. Jedes Zeichen des Zögerns, sei es bei Folter oder auch Mord, hätte Snape als schwach identifiziert. Daher habe ich keinerlei Zweifel daran, dass er Menschen getötet hat. Snapes frühere Taten als Todesser hatten auch einen bedeutenden Einfluss auf seine Beziehungen zu anderen Figuren in der Saga. Insbesondere seine Behandlung von Harry war oft grausam und unfair. Dies ist auf seine Schuld und Schamgefühle wegen seiner Rolle beim Tod von James und Lily Potter zurückzuführen. So wie seine Behandlung von anderen Schülern wie Neville Longbottom und Hermine Granger, die oft harsch und unversöhnlich war. Dies könnte als Spiegelung seines eigenen Selbsthasses betrachtet werden. Und es scheint definitiv so, als ob er seinen Kampf mit seinem inneren Dämon an den Schülern ausließ, die er unterrichtete. Offensichtlich beschützte er Harry aufgrund seiner Liebe zu Lily, aber er betrachtete Harry so, wie er Harrys Vater James ansah. Er gab James und Harry die Schuld für Lillys Tod. Denn hätte James Lily nie geheiratet, wäre das alles nicht passiert. Harry wäre nie geboren worden und Lily wäre noch am Leben gewesen. Es ist eine ziemlich egoistische und egozentrische Sichtweise, aber ich glaube, dass Snape einen Teil der Schuld auf andere abwälzen musste, um mit der Rolle fertig zu werden, die er selbst bei seiner Beteiligung an den dunklen Künsten spielte. Seine Beherrschung der unverzeihlichen Flüche, zusätzlich zur Erschaffung mehrerer Zaubersprüche, deutet darauf hin, dass er sie während seiner Zeit als Todesser ausgiebig verwendet haben könnte. Seine Fähigkeiten waren weithin bekannt und der Grund, warum Voldemort ihn so schätzte. Es ist auch anzunehmen, dass er diese Flüche anderen beibringen musste. Möglicherweise übte Severus Snape mit Hilfe von Kreaturen, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Er hätte die Bedeutung hinter den unverzeihlichen Flüchen hervorgehoben, bezonend, dass ein Zauberer, um einen solchen Fluch erfolgreich zu wirken, es wirklich ernst meinen muss. Er muss wirklich Schaden zufügen wollen, weshalb diese Flüche nicht so einfach auszuführen sind, da sie emotionale Konzentration und Stärke erfordern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Snape auch in anderen Formen von Gewalt und Einschüchterung verwickelt war, wie zum Beispiel Bedrohung oder Erpressung anderer, um seine Ziele zu erreichen. Seine Bereitschaft, Angst und Einschüchterung einzusetzen, um seine Ziele zu erreichen, ist ein weiterer Aspekt seines Charakters, der auf sein dunkles Wesen hinweist. Snapes Schuld und Scham über seine eigenen Taten gepaart mit der Angst, als Doppelagent entdeckt zu werden, haben im Laufe der Zeit auf ihn eingewirkt. Es ist kein Wunder, dass er als eine zutiefst und unglückliche und gequälte Figur in der Saga dargestellt wird. Der erste Zaubererkrieg, der von den späten 1970er Jahren bis 1981 dauerte, wurde als die dunkelste Zeit seit Jahrzehnten betrachtet. Nicht einmal Gellert Grindelwald hatte die Welt in solch ein Dunkel gehüllt. Während dieser Zeit führten die Todesser einen Feldzug des Terrors und der Gewalt in der gesamten Zaubererwelt gegen Muggel und alle anderen, die sich ihrer Ideologie widersetzten. Es ist wichtig anzuerkennen, dass Snapes Zeit als Todesser von zahlreichen Fällen von Gewalt, Grausamkeit und dunkler Magie geprägt war. Obwohl seine letztendliche Erlösung und Aufopferung bewundernswert sind, diente er auch als Mahnung dafür, dass Entscheidungen und Handlungen weitreichende Konsequenzen haben können. Erlösung und Vergebung sind nicht immer einfach zu erlangen. Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass Snape eine Menge Gräueltaten in seiner Zeit als Todesser und auch als Doppelagent begangen hat. Der offensichtlichste Fall ist die Ermordung von Albus Dumbledore, die zwar geplant war, aber dennoch eine Ermordung mit einem Fluch. Natürlich hat er auch viele Folterungen, Erpressungen und andere Dinge getan, die nicht ganz so im Sinne des freien Willens für andere waren. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was denkst du über Severus Snape? Denkst du, er hat viele Ermordungen begangen im Auftrag von Lord Voldemort oder eher weniger? Schreib es gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like und einen Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Donner